Wie ist die Anfrage von der Öffentlichkeit? Weil man unbeobachtet von der Öffentlichkeit und ohne entsprechende Beschlusslage durch die Landtage oder durch die Stadträte, sowohl bei Ländern, aber auch bei großen Städten, bei Kommunen, sich am Spekulationsgeschäft der vergangenen Jahre beteiligt hat, insbesondere mit Währungsswaps. Das ist alles finanzpolitisches Harakiri gewesen. Ich selber habe noch als Mitglied der Niederösterreichischen Landesregierung ein ähnliches Engagement verhindern können in einem anderen Zusammenhang, etwa mit einer beabsichtigten Veräußerung des Regierungsviertels. Da habe ich damals Widerstand geleistet, sodass es dann auch nicht dazu kam. Aber hier zeigt sich, dass diese ganzen Hasardeure heute Schiffbruch erleiden. Voraussehbar Schiffbruch erleiden. Das hat es nur niemand geglaubt. Und der Steuerzahler muss jetzt die Zeche bezahlen. Ich möchte den Leuten nur sagen, dass sie sich bei der nächsten Wahl daran erinnern sollten, wer davor gewarnt hat, wer hier nicht mitgemacht hat und jenen die Quittung geben sollte, die hier mitgemacht haben. Und die Schwarzen sollen sich bitte hier ja nicht groß aufspielen. Sie waren bei diesen ganzen Spekulationsgeschäften immer in der ersten Reihe mit dabei. Dass sie heute so tun, als ob sie nichts damit zu tun gehabt hätten, ist ein bisschen niederträchtig gegenüber den Roten. Aber sie waren sowohl in Städten wie auch in Ländern mit dabei. Es gibt andere Bundesländer, wo sie selbst theoretische Spekulationsgeschäfte zu verantworten haben. Verstehen Sie Landesrat David Brenner, der nicht zurücktreten will, sondern aufklären möchte? Ja, aufklären tut ja gar nichts. Er hätte schon seit zwei Jahren aufzuklären gehabt. Er ist am Verduschen. Und daher tritt er nicht zurück. Und er tritt nicht zurück, weil er die politische Verantwortung nicht übernehmen will. Er hätte die politische Verantwortung zu übernehmen und sich zu schleichen, weil er der Hauptverantwortliche ist. Und das alles konnte passieren, weil er so lange zugeschaut hat. Mindestens seit 2008 haben die Bankvertreter jedenfalls ausgesagt, haben die Banken vor diesen unglaublichen Spekulationsverlusten gewarnt und er hat nichts getan. Und er braucht sich jetzt nicht darauf ausreden, sondern er hätte den Hut zu nehmen. Das ist die einzige anständige Reaktion, die er zu tötigen hätte. Und ansonsten, glaube ich, wird es hoch an der Zeit, dass der Salzburger Wähler einmal mit dieser ganzen Führung abfährt. Sie hat Bankrot erlitten und dieser Bankrot ist mittlerweile sogar bezifferbar.